Wir haben das allererste Pokémon-Set, das Base-Set First Edition in Deutsch, bei uns im Lade mit dem lieben Butti-Cats gerankt in einem sehr, sehr kranken Livestream. Ich sag euch Leute, das Event war absoluter Wahnsinn. Kurze Erklärung hier, warum wir die Packs gewogen haben. Und zwar einmal der Punkt, dass wir verifizieren können, dass alles echt, dass alles legit ist, dass mit der Box nichts falsch ist. Und zum anderen entscheidet der Käufer, ob er sein Pack am Ende gewogen haben möchte oder nicht. Wir müssen einfach ganz ehrlich sein, die Packs sind mittlerweile sehr teuer, einfach weil es ein wirklich teures Set ist. Wie gesagt, 18.000 Euro kostet die Box mittlerweile oder mehr. Und da die ganzen Leute ranzubekommen für ein 500-Euro-Booster-Rund, ist halt nicht mehr so einfach. Deswegen haben wir diese Option gegeben. Alle Heavy Packs wurden aber aufgemacht, das heißt jedes Holo-Pack haben wir in diesem Event gesehen. Und dann durfte eben der Käufer entscheiden, ob ein Light-Pack, also ein Pack, wo eher keine Holo drin ist, geöffnet wurde oder nicht. Danach haben wir dann die ganzen Packs gemischt, nochmal zusammengepackt und die Käufer der Reihe nach ausgelost. Nachdem wir noch erklärt haben, dass es insgesamt drei Packs für Giveaways gab, die am Ende des Videos dann nochmal zu sehen sind, wurde der erste Käufer gezogen. Speed Blow, bist du da? 3, 2, 1, go! Oh, Light-Pack leider. 20,5 ist leider ein Light-Pack. Öffnen bitte. Er sagt, wir sollen es aufmachen. Let's go. Öffnen? Oh, du bist wild. Kartentrick ist wie folgt. Wir nehmen drei Karten von vorne nach hinten. Und dann haben wir schon die Rare-Card am letzten Slot. Minty-Fresh. Oh, guck mal! Direkt Bieser-Knosp-Starter ist da. Das ist schon mal gut. Das ist schön, das ist schön. Jetzt kommt zweimal Energie und jetzt kommt 3, 2, 1, let's go! Oh, Händler. Das nächste Tour-Talk-Booster. Um dieses Booster geht es, wie gesagt. Das geht an. Dann haben wir hier Felix. FK. Gib uns ein Starter vielleicht. Ja, Pikachu! Let's go! Das ist immer ein Big-Hit auf jeden Fall. Let's go, Leute! Und? Oh, Zapdos! Erster Holo-Hit des Abends. Zapdos ist da. Und das nächste. Oh, sechs Packs! Wow! Das ist auch der größte Einkäufer im heutigen Stream. Last Pack dann jetzt? Nummer sechs? Was? Okay, das ist crazy. Das ist crazy. No, der saugt hier vier Heavy-Packs. Ja, da würde ich sagen. Was machen wir mit den Packs? Die Heavy-S gehen so oder so auf. Die Heavy-S gehen auf jeden Fall auf. Yes, let's go! Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und? Oh, Mewtwo auch big. Auch big. Sehr, sehr, sehr stark. Oh, ja! Wie viel saugt Wulnona, ey? Oh! Und? Und? Oh, Simsalah! Die erste Karte in dem Set. Auch geil. Hauptsache nicht Quapo, weil das ist die Hasskarte, ey. Übel. Oh, nice, 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 nice. Sehr cool. Achtung. Starter, oder? Ich würde sagen Starter. Komm, komm. Startentwicklung. Oh, das ist Recalled, ey! Das ist Recalled auf Ansage. Okay. So, wir gehen rein. X-Bunny und Shugo. Let's go! Ihr zwei Turtel-Täubchen jetzt. Oh, Quapo! Quapo ist es geworden. Marcel L. Bitte melden. Du hast ja auch zwei Packs hier gesichert. Boah, guck dir mal dieses. Das ist Unikat heute. Boah, holy. Wasser und jetzt Turtok aus Turtok. Ist das machbar? Let's go. Die nächste Holo. Drei, eins. Oh, der ist Turtok. Sehr, sehr stark. Der erste Starter ist raus. Turtok hier. Sehr, sehr big. Was war auf? Jetzt Glurak, oder? Mach Turtok. Drei, zwei, eins. So, und zwar für Janiko. Janiko, der war heute auch schon mal dabei. Oh, Bisa-Zahn. Geil. Und jetzt? Oh, Bisa-Flo. Auch ein Bad Boy. Nice. Schön, auch so ein Bisa-Flo-Booster. Ja, Mann. Sehr schön. Und das Booster, oder die Booster gehen an. Ronny. Drei, drei, eins. Oh, Pipi. Auch eine geile Holo-Karte. Auch wenn er keine Flügel hat und fliegen kann. Aber auch eine nice Holo-Karte. Iron Man. Bist du da? Du bist auf jeden Fall da. Komm, schreib in den Chat. Melde dich. Heavy, let's go. Glurak aus Glurak. Glurak Ardwell. Glurak müssen wir heute noch ziehen. Also ich würde mal sagen, Leute, Daumen drücken. Ansonsten schreibt rein, was ihr denkt, was hier heute, oder was jetzt aus dem Pack rauskommt. Let's go. Wir haben den Beleber. Nidorino. Ne, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gehabt, das Pattern hier. Nidorino, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Generell. Warte mal, hatten wir schon Shiggy eigentlich? Ne. Wir hatten noch gar keinen Bisasam. Shilok auch nicht. Shilok hatten wir eins, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Shiggy und Shilok hatten wir noch beide nicht. Magnetilo. Komm, jetzt mal die Starter. Wir wollen sie sehen. Magnetilo. Bonita. Da sind die ganzen Flammen im Chat, so soll es doch sein. Raupi. Und hier. Come on. Shiggy, da ist es doch. Shiggy. Let's go. Get cold here. Hier mit seinem Blubber. So, so stark. Krasses Arter, ey. Nice. Ab in Toploader. Das ist schon mal ein Big Hit. So. Ey, jetzt kommt Blura. Blura, 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 komm. Come on. Das wäre doch mal ein Ding jetzt hier. So. Wasserenergie. Passt zu Wasser. Und was haben wir jetzt hier? Feuer, Feuer. Keep him. Oh. Ja, Mann. Wir haben es gezogen. Let's go. Bad Boy ist da. Oh, mein Gott. Oh, direkt rein in die Slip, bevor hier irgendwas passiert. Let's go. Ja, Mann. So stark. Oh. Eine krasse Karte, ey. GG Iron Man, mein Lieber. Guck dir diese Karte an. Heftig. Yes, Baby. Wir haben es gezogen. Und nach diesem absolut kranken Moment, Leute. Ich bin so dankbar, dass ich das Glurak wirklich selber ziehen durfte. Gab es keine krassen Hits mehr. Nur noch Light Packs. Aber wir haben ja noch die drei Giveaway Packs. Und ich sag mal so. Die waren auch sehr, sehr stark. Das wurde auf Instagram verlost. Kann heavy sein. Oh, heavy. Let's go. Das ist es. Ein Garedos wäre auch noch so die Kirsche auf der Torte. Wir haben schon 15 Kirschen. Und. Ich will nochmal einen Countdown. Drei. Zwei. Zwei. Oh. Chandra. Let's go. Sehr, sehr stark. Das letzte Pack ging dann überwockt in die Verlosung rein. Und derjenige, der es gewonnen hat, hat auch gesagt, ey, das ist zwar ein Light Pack. Wir machen es aber trotzdem auf. Leider, leider war jetzt in dem Pack nichts krasses mehr drin. Der aufwischt die Trainerkarte. Bro, ich fühl dich. Computersuche bei uns ja auch. Ein absolutes Meme. Vielen, vielen Dank, dass wir es aufmachen durften. Und ja, Leute. Das war ein crazy Event. Leute, das war ein absolut insanees Event. Wie gesagt, die Box ist leer. Gnurak kam raus. Wututok, Pizza Floor, Mewtwo, alles, was drinnen. Die Großen, The Big Three. Mega geiles Event. Vielen Dank. Jetzt schon mal. Das nächste steht in den Startlöchern. Wer weiß. Starridge, maybe. Deutsch. Wir haben uns schon darüber geredet. Vielleicht mit Live-Publikum im Laden. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, vor Ort sein. Wollen wir uns eine Lifetime-Routine, mein Lieber? Und es wäre ja auch, dass sich der Käufer dann ihr das Pack selbst aufmacht. Oder? Das wäre crazy. Mal gucken. Ja, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Es war crazy. Liebe geht raus.